Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Studie vor von Baguer und Coworkers aus der Göttinger Arbeitsgruppe Max-Planck-Institut. Es geht um die Wirksamkeit, den Schutz durch FF2-Masken und chirurgischen Mund-Nasen-Schutz. Sogar drei Meter Abstand schützen nicht vor der Infektion durch SARS-CoV-2-Viren. Selbst bei dieser Distanz dauert es keine fünf Minuten, bis sich eine ungeimpfte Person, die in der Atemluft eines Corona-infizierten Menschen steht, mit fast hundertprozentiger Sicherheit ansteckt. Das ist die schlechte Nachricht. Die Gute ist, wenn beide gut sitzende medizinische oder noch besser FF2-Masken tragen, sinkt das Risiko drastisch. Wie gut, welche Masken bei welcher Trageweise schützen, hat ein Team des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen in einer umfassenden Studie untersucht. Dabei bestimmten die Forschenden für zahlreiche Situationen das maximale Infektionsrisiko und berücksichtigten einige Faktoren, die in ähnlichen Untersuchungen bislang nicht einbezogen wurden. Wie groß die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus ist, war überraschend. Schon bei mehreren Metern Distanz geht es sehr schnell, bis man aus der Atemluft eines Virusträgers die infektiöse Dosis aufnimmt. Das war so nicht erwartet worden. Denn auf diese Distanz hat sich die Atemluft schon kegelförmig im Raum verbreitet. Entsprechend verdünnt werden die infektiösen Partikel. Die besonders großen und damit besonders virusreichen Partikel fallen zudem schon nach einer kurzen Strecke durch die Luft zu Boden. Trotzdem wurde in der Studie auch in drei Metern entfernt noch ein enormes Ansteckungsrisiko festgestellt, wenn man Infizierten mit einer hohen Viruslast, wie sie bei der vorherrschenden Delta-Variante des SARS-CoV-2-Virus auftritt, für ein paar Minuten begegnet und keine Maske trägt. Und solche Begegnungen sind etwa in Schulen, Gaststätten, Clubs oder gar im Freien unvermeidbar. So hoch das Infektionsrisiko ohne Mund-Nasen-Schutz auch ist, so effektiv schützen medizinische oder FFV2-Masken. Die Göttinger Studie untermauert, dass FFV2- oder KN95-Masken infektiöse Partikel besonders wirkungsvoll aus der Atemluft filtern, vor allem wenn sie an den Rändern möglichst dicht abschließen. Tragen sowohl die infizierte als auch die nicht infizierte Person gut sitzende FFV2-Masken, beträgt das maximale Ansteckungsrisiko nach 20 Minuten selbst auf kürzeste Distanz kaum mehr als ein Promille. Sitzen Ihre Masken schlecht, steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Infektion auf etwa 4%. Tragen beide gut angepasste OP-Masken, wird das Virus innerhalb von 20 Minuten mit höchstens 10%iger Wahrscheinlichkeit übertragen. Die Untersuchung bestätigt zudem die intuitive Annahme, dass für einen wirkungsvollen Infektionsschutz vor allem die infizierte Person eine möglichst gut filternde und dicht schließende Maske tragen sollte. Die Ansteckungswahrscheinlichkeiten geben jeweils die obere Grenze des Risikos an. Im täglichen Leben ist die tatsächliche Infektionswahrscheinlichkeit sicherlich 10 bis 100 Mal kleiner, denn die Luft, die an den Rändern aus der Maske strömt, wird verdünnt, sodass man nicht die gesamte ungefilterte Atemluft abbekommt. Das wurde aber angenommen, weil nicht für alle Situationen gemessen werden kann, wie viel Atemluft eines Maskenträgers bei einer anderen Person ankommt und weil das Risiko im Rahmen der Studie so konservativ wie möglich berechnet werden sollte. Wenn unter diesen Bedingungen so das größte theoretische Risiko klein ist, ist man unter realen Bedingungen auf der ganz sicheren Seite. Für den Vergleichswert ohne den Schutz einer Maske fällt der Sicherheitspuffer jedoch deutlich kleiner aus. Für eine solche Situation kann man die Virusdosis, die eine ungeschützte Person einatmet, mit weniger Annahmen bestimmen. Bei den Berechnungen des Ansteckungsrisikos wurden einige Faktoren berücksichtigt, die in vergleichbare Abschätzungen bislang nicht eingeflossen sind. So wurde untersucht, wie ein schlechter Sitz der Maske den Schutz schwächt und wie sie sich das verhindern lässt. Die Membranen von FFE2 oder KN95 Masken, aber auch von manchen medizinischen Masken filtern extrem effektiv. Das Ansteckungsrisiko wird dann von der Luft, die an den Rändern der Maske aus- und einströmt, dominiert. Dazu kommt es, wenn der Rand der Maske nicht dicht am Gesicht anliegt. In aufwändigen Versuchen wurde gemessen, in welcher Größe und Menge Atempartikel an den Rändern unterschiedlich gut sitzender Masken vorbeiströmen. Eine Maske lässt sich an die Gesichtsform hervorragend anpassen, wenn man ihren Metallbügel vor dem Aufsetzen zu einem abgerundeten W biegt. Dann gelangen die ansteckenden Aerosolepartikel nicht mehr an der Maske vorbei und auch Brillen beschlagen nicht mehr. Hier sehen wir in der Abbildung, hier der infektiöse Patient, der die Viruspartikel in den Aerosolen ausatmet. Sie werden durch die Maske filtriert, aber einige gelangen auch an den Rändern vorbei nach draußen und können dann bei schlecht sitzenden Masken beispielsweise oberhalb der Nase dann eintreten, aber auch an den Seitenrändern in den noch nicht infizierten Menschen eintreten und dann zur Infektion führen. Hier jetzt eine schöne Filmdarstellung. Wir sehen hier die Ausatmung von Aerosolen. über Nase und Mund und hier sehen wir eine schlecht sitzende chirurgische Maske und wir sehen, dass an den Seiten und vor allen Dingen nach oben viele der Aerosole austreten. Hier eine schlecht sitzende FF2-Maske, die noch nicht gut anmoduliert ist und in der letzten Abbildung sehen wir jetzt eine gut sitzende FF2-Maske, die sehr gut an die Nase anmoduliert ist und hier kaum Aerosole nach außen treten. Es wurde auch bedacht, dass Tröpfchen die Menschen beim Atmen oder Sprechen verbreiten in der Luft trocken und leichter werden. Dadurch bleiben sie länger in der Luft, haben jedoch eine erhöhte Viruskonzentration verglichen mit den Tröpfchen direkt nach Austritt. Beim Einatmen passiert wiederum das Gegenteil. Die Partikel nehmen wieder Wasser auf, wachsen wie ein Tropfen der Wolke und bleiben daher leichter in den Atemwegen hängen. Auch wenn die detaillierte Analyse zeigt, dass dicht abschließende FF2-Masken im Vergleich zu gut sitzenden OP-Masken 75 mal besser schützen und die Trageweise einer Maske einen deutlichen Unterschied macht. Auch medizinische Masken, das zeigen, die Untersuchungen reduzieren das Ansteckungsrisiko schon deutlich im Vergleich zu einer Situation ganz ohne Mund-Nasen-Schutz. Deshalb ist es so wichtig, dass die Menschen in der Pandemie eine Maske tragen. Die Ergebnisse zeigen noch einmal, dass das Maske tragen an Schulen und auch generell eine gute Idee ist. Weite Informationen und Ergebnisse können Sie frei abrufen im Journal PINACE.